Hey yo, sag mir, was war das der für ein Ransrap? Allein dir zu zhören war schon ein Stück weit anstrengend. Untertriebenermaßen, dich nicht mehr dabei zu haben, juckt ja niemanden gerade. Der Flow ist ja endlos scheiße, mit dem passt du lieber als Feature auf einem Fanpost 3-Track. Deine Reine sind noch viel geiler, Punchlines, Angst, Schweiß, Kampfgeist. Du bist Freesider, dein Rap ist das Wahre und das kommt echt von dir. Junge, nicht mal White-Hit, die hat dein Rap popiert. Wir Benge-Kinis in Bangkok, Pizzaduna fügt nach Bangkok und du bist Bangkok. Rolex und Lamborghini willst du und noch mehr kriegst du nicht. Mama sagt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Es ist so easy, dieses Kind zu ändern. Kick dich so aus wie die 8 Waits in deinem Instrument. Ich mach dich nur im Kopf kürzer, denn für mich ist ein Skullcandy. So wie Kopfhörer, ja. Um Rube E-Jekorer zu decken.